Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch Werkzeug vorstellen, mit dem ihr Mosaik machen könnt. Dazu gehören unter anderem diese beiden Tools. Anfangen möchte ich mit den Zangen, die man typischerweise eben für die Verarbeitung von Industrie-Glasmosaik verwendet. Die haben hier zwei solche Rädchen und mit denen kann man sehr sehr präzise arbeiten. Gibt es in verschiedenen Ausführungen. Man kann diese Rädchen auch austauschen, wenn die nicht mehr so scharf sind. Also man muss nicht immer eine neue Zange kaufen. Dann gibt es diese Zange hier. Für Fliesen ist die besonders geeignet oder eben anderes härteres Material. Dieser Mosaikhammer hier, den es in verschiedenen Grammaturen gibt. Der hat eben auch hier so einen Videaeinschluss, einen Hartmetalleinschluss, wie man an dieser Stelle hier ganz gut sehen kann. Der hat den nur auf einer Seite, manche haben ihn auf beiden Seiten und manche haben keinen. Dadurch variiert auch der Preis sehr sehr stark. Also achtet darauf, dass ihr zumindest an einer Seite einen Videaeinschluss habt, wenn ihr mit Smalten arbeiten wollt, weil dann ist der besonders wichtig. Wie gesagt, den gibt es in verschiedenen Grammaturen. Der hier wiegt glaube ich 350 Gramm. Eignet sich sehr sehr gut für die Arbeit mit Smalten. Für Marmor würde ich auf jeden Fall einen schwereren Hammer nehmen. Ist so meine Erfahrung. Und das hier ist das Gegenstück vom Mosaikhammer. Der Tagliolo, der Keil. Wie der eingelassen wird in einen Holzstamm, zeige ich übrigens in einem meiner Tutorials, das ich unten auch verlinke. Und dann kann ich nur empfehlen, auch eine Pinzette, so einen kleinen Spachtel sich anzuschaffen für genaueres Arbeiten, größeren Spachtel. Und dann gibt es noch dieses Werkzeug hier. Gibt es auch in einfacherer Form. Der hier liegt gut in der Hand. Das ist ein Glasschneider. Der hat hier so ein Diamanträdchen, mit dem man dann über das Glas fährt. Und dann kann man das von Hand angeritzte Material brechen. Das geht ganz gut auch mit so einer Zange hier. Mit so einer Brechzange. Und es gibt diese Kräuselzange. Durchaus hilfreich, wenn man mal so ein paar schärfere Kanten noch mal ausgleichen will. Da kann man dann quasi das Material so ein bisschen anknabbern. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt ihm doch ein Like. Oder teilt es in eure Netzwerke. Und vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren.